Hallo Ranga! Hallo! 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 Boing! Was's up guys! Verfickte Scheiße! Wir spielen auch wieder auf der klassischen Nachbarschafts-Map. Wir müssen euer Anfang dann. Warum steht der Clown da nur so rum? Das waren doch keine 15 Sekunden. Bist du Clown oder was? Es sind 7, nicht 15. Bist du Clown? Bist du Clown? Achso, wir müssen ja hier im Spiel reden. Bist du Clown? Clown? Ja, gib mir deine Waffe. Aua! Aua! Gertano ignoriert uns irgendwie. Wieso? Wir müssen im Spiel reden. Niemand hat geschossen, sondern es wurden mit Brechstangen Leute verprügelt. Ich suche ne Waffe! Dann hol dir ne Waffe! Du warst doch hinter uns, oder? Ey Johnny, wollen wir tanken? Was soll, was? Ich hatte gerade so ne komische Verbindung. Wollen wir Gertano killen? Achso, ich dachte du hast gesagt, ey Johnny wollen wir tanken? Hä? 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 Ja, ähm, wo ist er hin? Hä? What the fuck? Er war hier eigentlich? Er war hier doch? Hä? Ich versteh das nicht. Junge, er ist Traitor, er ist Traitor. Saved ne Traitor Waffe irgendwie. Was? Nein, ich glaub er ist einfach nur weggerannt. Da ist er doch. Oh, oh! Jumpscare! Er schießt wirklich auf ihn. Vorm Detective! Ich hab gar nichts gewollt. Das war nur aus Joke, Hocky. Das war nur aus Joke. Wir fühlen hier rein in meinem bescheidenes Heim. Ey Gertano, ich glaub du redest im Game doch nicht. Das auch ein bisschen. Ja doch, klar, ich red doch. Okay, okay, ich dachte du wärst vielleicht mehr mit. Nein, nein. Ich war grad noch nicht so ne Quartelstrippe wie du, Jonas. Guck mal da rein. Das hat gar nicht funktioniert, holy shit. Was soll das? Wer schießt? Timo ist es! 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 Timo war's! Timo war's! Junge, wie kannst du mich immer erwischen? Oh Timo! Ich hab ein Fahrrad jetzt! Wie zur Hölle? Ja, warum ist Johnny dran? Ja! Wie konnte er das einfach machen? Ich bin doch hingestorben. Ach komm, Maeve. Hä, wie hast du das überlebt? Was ist... Was? Wie hast du das nicht überlebt? Was? Oh mein Gott. Ich hab's noch Timo, aber ich hab Timo getötet. Wie zur Hölle ist Moggy jetzt grad gestorben? Werf bitte dein Fahrrad nicht auf mich. Hallo Maeve. Nein. Hallo, hallo. Oh Gott, Maeve ist es! Oh mein Gott, okay Maeve ist es. Wie, wie... Jetzt merken sie es auch. Was ist hier hinten los? Dumm. Mios. Was? Was? Habe ich hier ne Fake Textur? Oder soll das so aussehen? Oh, hier Hals? Oder? Oh, ja. Hallo! Oh Gott. Ja, cool. Das ist cool. Ich weiß nicht, dass das nicht anpassen kann. Das ist Little Company-Shit. Ich kann die Tür hier oben... Das ist, glaub ich, ne Traitor-Eröffnung. Die beiden sind vermutlich, da die drüben sind. Hoffe ich. Oder Ricky ist Traitor. Vielleicht können wir so ins andere Haus gehen. Müssten wir nicht einfach die Leute durch die Decke hören oder so? Ich glaub meine Textur ist hier kaputt, ne? Das ist eine der älteren Maps. Die ist halt so verzerrt. Aber aus solchen Gründen habe ich da... Ah, aber mal hier rein. Wie falsch Textur? Ah, ich kenn die Map doch. Die ist doch normalerweise heil. Ich will direkt hier. Pass auf. Oh, warte. Ja. Was für Bsch... Hier ist keiner. Hahaha. Ja. Hat bestimmt keiner gehört. Das war so ein Loch. Oh. Wir sind im Mainframe. Wir haben uns reingehackt. Sch, sch, sch. Sch, sch. Warum ist hier nichts? Warte. Oh, neue Waffen. Ja, das kann dauern. Meph ist noch unterwegs, oder? Ja. Ach was. Ach so. Wenn wir da umgeschneiden. Hier ist ja noch ein Battle zwischen den beiden. Die denken auch, die sind die Letzten. Die denken ja safe, die sind die Letzten. Vielleicht ist es auch so, dass das einer der letzte Traitor ist, ne? Oh mein Gott, er nimmt Fallschaden in Kauf. What? Er war der letzte Traitor. Ach, die Glückwunsch. Es haben noch zwei gelebt. Ach, wieder nur zwei. Rikki, du hast dich erinnert, Rikki. Du hast dich erinnert, Rikki. Ja. Voll hübsch, voll hübsch. Das ist besser gemacht. Maeve, Sean war leider nicht mal der Letzte. Maeve, ich möchte kurz eine Sache anmerken. Ich weiß, dass unter mir noch Zombie und Rikki waren. Ah, du hast sie gehört. Maeve, ich hab dir aus nächster Nähe volle Möhren. Headshot mit der Sniper-Rifle gegeben und du hast 24 Schaden genommen. Ich komm mir so verarscht vor. Äh, Jungs, bei mir ist jetzt das Tab-Problem. Ich muss kurz raus und rein. Was ist das Tab-Problem? Ich kann ja schon wieder nicht duschen. Wer will duschen? Folie hat das Tab-Problem. Da hab ich mir gedacht, vielleicht funktioniert seine Badewanne nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht genau, was das Tab-Problem ist. Es geht um die Umschalttaste. Es heißt Tab-Problem. Oh mein Gott, warte. Ah ne, bei mir funktioniert es. Ich dachte, ich zarte es nicht. Keine Ahnung im Dunstie. Meine Audio ist grad richtig seltsam. Philosophie! Wär seltsam. Eine Audio. Diesen Sport sag ich gern. Will ich Dete werden? Okay, okay, ich beschütze Getspiele. Ich beschütze Getspiele. Okay. Bin ich für erstmal ne Waffe, ehrlich gesagt. Hast du wieder glänzt? Ja, wahnsinnig. Gefällt mir gar nicht. Jetzt seh ich wieder so sass aus, wenn ich hier herumschleiche. Oh mein Gott. Also ich dachte, er ist gestorben. Ist das die mit der Tötung? Das ist wirklich ne fucking Waffe, Junge. Das ist vermutlich... Könnt man hier zumachen, oder? Ja. Da würdest du jetzt wohl gern durch, oder? Du bist so dreckig, Timo. Du bist so dreckig. Ich war das nicht, übrigens. Das war Rikki. Ja, nee, man hört dich nicht. Das war übrigens Rikki. Der hat dir grad scheiße überhört. Rikki hat auf mich geschossen, nicht du? Ja, ja. Oh, hier gerade ist ne Traitorfalle, oder? Dann lass Rikki gehen. Ja, hier ist ne Traitorfalle. Das ist mir nicht ganz geheuer. Ich seh deine Kochmütze durch die Mauer durch. Nee, das ist Rikki. Da ist Rikki. Da hinten. Ich seh ihn hinter der Wand. Ist Rikki safe Traitor? Nein. Er hat mich einfach angeschossen. Ah, korrekt. Ich mein, ja, das stimmt schon. Er hat Timo angeschossen. Ja, easy. Ach du Scheiße, ich hab dich nicht einmal... Homerun? Hör auf die Leitzeile! Stopp! Stopp! Was? Willst du mich verarschen? Ich will ne Rolle! Willst du mich verarschen? Innocent! Hast du doch mal Scheiße, Primo. Mann, Junge! Mann! Ich wollte ne Rolle jetzt haben. Ich hab nicht eine der Leichen identifiziert. Warte. Ja, aber das ist doch jetzt voll dumm von dir. Eigentlich schon, ne? Ich glaube, er hat nicht mitbekommen. Ja. Guck mal, hier liegt ein Kuss. Ich geb dir einen. Wieso X ist doch der Chat? Was ist hier los? Geil. Ich hab nichts dazu sagst. Okay, danke. Ne, Y. Was soll das denn? Ein Meter daneben lag einfach Ricky. Als Trailer. Oh! Ja! Oh mein Gott, den hätte er auch nie. Das gibt's doch nicht. Da liegt einfach ein Trailer und er sucht sich den Innocent aus. Hallo, wer will ein Küsschen? Was ist denn? Was ist denn natürlich jetzt? Wer gibt da noch? Oh, einige. Oh, die Chins. Die sind zusammen. Da, 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 da sind die, da sind die. Das sind die beiden, das sind die beiden Trailer. Oh, babe! Scheiße! Ich seh nichts. Keine gute Waffe. Aua, ich muss nachladen, ich muss nachladen! Warte, warte, na! Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Er sagt noch, ich muss nachladen, ich muss nachladen! Ich liebe es, wie Waluigi gerade auf der Hecke stand und durch Fenster reingestarrt. Mogi? Ricky war der Imitator und er hat dir deine Trailer-Rolle weggenommen. Ja! Ich weiß! Warum hast du was gemacht? Ricky lag am Boden, von dem konnte ich glaube ich keine Rolle mehr, weil er schon identifiziert wurde. Mogi, du hast mich umgebracht, weil die Leiche identifiziert wurden. Ich hab keine Leiche identifiziert, was willst du? Nein, ich hab dich umgebracht, weil ich eine Leiche identifizieren wollte. Ich weiß, aber ich hab dir das nicht weggenommen, diese Möglichkeiten. Nein, er wollte dich identifizieren, damit er das wird. Ich weiß, aber er hat ja jemand anderen nehmen können. Da war ich mir so viele übrig. Du warst mit fünf unterwegs, bevor du mich gesehen hast. Glaub ich. Nee, nee, es war nur Mave und Zombie. Doch, doch. Ja, hättest du doch umbringen können. Nee. Ja, ach so. Ich hör dich, ich hör dich. Jetzt fällt's ihm auch auf. Johnny. Nein, das war meine Freundlichkeit. War bestimmt nichts Persönliches, Johnny. Alles gut. Ich hasse mein Leben. Hör auf, Zahnlücken-Dubstep zu machen. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Das ist ja auch so. Dann bin ich jetzt der Nerd-Emoji. Ist mir egal, aber lauer Scheiße. Hä, ich bin grad hier durchgeclipt, oder? Ja, ich wollte auch sagen, was soll das? Was zur Hölle, ich bin hier grad rausgeclipt. Ja, wie viel Lüge zu Waffensinn. Was war denn das? Danke schön. Was machst du denn? Ich bin einfach aus dem Haus rausgefallen, das war seltsam. Ja, das ist mein, das ist mein Property. Wo die schießen sie? Mich doch nicht. Leute, irgendjemand schießt, also. Schau sich an. Schießt du aufs das Bild? Fifth Amendment. Keine Ahnung, welches das ist. Okay. Aber ich hör auch immer, das Fifth ist irgendwie berühmter als die anderen. Ja. Warum? Ich weiß auch nicht, welches das ist. Also ich weiß, dass die existieren ja. Ich weiß nicht, welches welches ist. Ne, ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt. Das ist halt sowas wie Recht auf Waffen und so'n Shit. Lass uns da drüben schauen, die schießen da. Aber ich meinte jetzt eher, ich weiß nicht, wo die stehen. Sind die in der Unabhängigkeitserklärung drin oder? Hocky und Rogi wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Ja, siehst du, man weiß nicht genug. Oh, 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 oh. Da liegt ne Leiche. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind in der Declaration of Independence. Okay. Die meine ich nämlich. Nein, ich glaub, ich glaub, Ricky wurde vom Auto überfahren. Und ich hab sein ganzes Traitor-Zeug jetzt. Oh, das kann sein. Geilo! Ja, okay. Passt damit auf, dass die anderen dich nicht umbringen. Wir schießen auf Blau, ne? Okay. Ja, ich mach mich klein und renn rein. Pass auf. Er macht sich klein und rennt rein. Er macht sich klein und rennt rein. Wo, wo? Kann nicht mehr. Oh ja, wirklich. Hey, ich glaub, die sind hier reingegangen. Hey, Johnny, 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 Johnny. Worüber reden die? Worüber reden die? Worüber reden die? Sorry. In den Punkt. Blau, du bist Traitor, ne? Oh! Okay. Was war das denn für ein Scheißversuch, Hockey? Oh, er wär echt Traitor. Ja. Ich hab's nicht skaliert. Okay. Der Sean ist der Dummkopf, der kann sterben, der ist egal. I protected my property. Nein, Sean, warte mal. Ha? Hab ich den noch? Na doch. Was hast du noch? Ach, ich bin klein, okay. Ja, du bist so ein kleiner Pummelich. Ja, ha, ha, ha! Du hast die größte Wampel, du hast die größte Wampel. Hä? Seine Wampel ist ja echt größer geworden. Jiii, was zur Hölle? Düt, 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 düt. Oh, ich komm da nicht hoch, ich bin zu klein. Düt, 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 düt. Nein, ich bin's nicht, ich bin's wirklich nicht. Ich hab das schon, Ricky. Okay, aber das Ding ist, wer hat Sean umgezogen? gebracht. Ja, ich? Der war ein Dummkopf. Okay. Aber welcher hat Hockey umgebracht? Ich habe auch Hockey gekillt. Und der war Traitor. Das heißt, Fully ist auf keinen Fall, weil der war die ganze Zeit mit dabei. Aber du könntest dich auch miese rausreden gerade. Nein, das ist miese rausreden. Warum? Nenn mir einen Grund, warum du es nicht... Der lebt noch. Ja, ich glaube, bei Fully ist es auch Traitor. Ich glaube, es ist Fully. Nee, Fully war die ganze Zeit da. Der hat auch Hockey mitgekillt. Hockey war Traitor. Ihr wart doch beim Pool da oben irgendwann, oder? Wir waren hier im Haus. Okay, aber wart ihr wirklich nicht beim Pool davor? Nee, nicht wirklich. Okay, vielleicht mache ich gerade zu sehr auf Among Us Modus. Lass dann zusammen auf die Stirn. Dann lass jetzt zusammen auf den Fully gestorben. Lass zusammen auf den Fully gestorben. Oh, oh. Oh, Mogi ist tot. Ja, er snippt die weg. Er snippt sie einfach weg. Was gesehen? Ja, irgendwer hat geschossen. Ja, 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 ja. Krank, krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Timo, du bist nirgendwo sicher. Was ist dein Plan? Es ist wie ein Puppenhaus. Er ist nirgendwo sicher. Er ist da oben. Du guckt. Oh mein Gott. Ich leib mal nach. Ich leib fürs Commentary. Er ist nicht mehr oben. Er ist nicht mehr oben. Da unten ist er ganz klein. Oh, wie süß. Ich glaube das nicht. Alter. Wir können die dich jede Runde gewinnen lassen. Das ist richtig. Er war da hinten. Wo war es? Er war super weit weg. Er war komplett. Timo denkt sich so. Ich muss ihn rumlaufen. Timo denkt sich, oh gute Idee, mal die Hälfte von meinem Leben wegzumachen, um hinzulaufen. Der Verkleinerer verringert die Hälfte der Leben. Ja. Und du läufst langsamer. Ich hatte dich gesehen, Zombie. Ich dachte halt so, hey, ich bin klein, der trifft mich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe glaube ich nur noch einen Schuss von dir mitbekommen. Aber for real, was ist mit deiner Wampe passiert? Die wird einfach, die bleibt gleich groß oder was? Das war einfach Wollo. Oh mein Gott. Ricky darf das. Wer hat vier Schuss von der MP5 abgefeuert und sie weggelegt? Ich hatte noch gar keine Waffe. Es wird Zeit. Ja, es wird Zeit tatsächlich. Da hast du einen Punkt. Ich nehme mir hier ein bisschen was mit. Artillerie, Artillerie. Was? Ja, das können wir uns beide, oder? Moggi! Yeah. Moggi, ich habe was für dich. Ja. Hier, viel Spaß. Nee, brauche ich nicht. Ich habe was Besseres. Bist du Traitor? Nicht töten. Bist du Traitor? Nicht töten. Das ist mein cooles Item. Moggi, gib mir mal ein cooles Item. Hier, warte, Zombie. Bist du Bestmarschläger? Wer, wer, wer bringt da gerade 10,5 Menschen um? Oh Gott. Geil. War cool. Hä? Wo ist das reinz, oder? Äh, nee, nee, alles gut. Kommt ihr auch zu uns? Ich habe ein bisschen Angst. Sorry, Maeve. Oh, da ist noch irgendwer hingelaufen. Ich schäbe euch. Wenn alle anderen tot sind, dürft ihr mich erschießen. Okay. Ich, ich gehe auch Waffen wegstecken, okay? So. Oh, da drüben sind welche. Achtung. Das Hockey schießt auf mich. Ich bin tot. Aber hauptsächlich hat mich, hauptsächlich hat mich Moggi getötet. Du musst ihn muten. Du bist tot. Aber, 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 aber so hört ihr mich. Manchmal hören die mich manchmal nicht. Das ist seltsam. Ich habe einen Traitor gefunden. Ist mal die Schlangen. Hier. Hier ist noch ein Artillery Marker. Snake Shotgun. Holy shit, warum schießt ihr auf mich? Naja, weil er... Oh, ja, die kenne ich. Was war das? Oh, shit. Ich habe vorhin überlegt, ob ihr Feinde seid. Dann habe ich gesehen, wie Moggi dir einfach eine Waffe zu würfeln. Wait, wieso? Ja, ich dachte auch, weil es ungezickt ist, ausgerechnet Maeve um die Ecke. Wieso dachte ich, dass Maeve Traitor wäre? Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Einfach so eine Hinterhof-Dealerei. Schlangen waren aber cool. Du hast mich, glaube ich, gekillt, oder? Die kommen aus Nick, weil ich der Game kenne ich. Ich weiß nicht mehr genau. Die Schleien sind so scheiße. Ach, stimmt, Stickfight. Womit habe ich dich gekillt, Fully? Mit der Artillerie. Ja, das kann sein. Niemand stand da außer mir und ich war auf einmal tot. Scheiße. Es tut mir leid. Oh Mann, das war vor unsere Runde eigentlich. Wir hatten sogar Verbündete. Es war komplett unbewusst, aber ich glaube, ich habe es absolut sabotiert, das ganze Ding. Dreckswaffen, Dreckswaffen, Dreckshäuser auch. Ich weiß immer nicht, wo cooler Shit liegt. Okay, das ist wahrscheinlich nicht immer hier, aber so eine Garage ist wahrscheinlich ganz gut für Stuff. Denn ich mag meine Farmers. Da wird schon geschossen. Da wird schon geschossen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, wirklich. Vicky. Ja. Vorsicht. Vorsicht, Autos. Es tut mir so leid. Schau, haut einfach irgendwelche Leute in die Luft mit dem Baseballschläger. In dem Haus war ich hier, da ist nichts mehr drin. Seid ihr irgendwie Traitor-Kollegen oder so? Zombie und du, ihr seid doch Traitor. Okay, stark. Okay, er war echt Traitor. Dann ist es, dann ist es Zombie. Als ob ihr nicht hört, wenn Rick ihn verrät. Leute, ich glaube, dann ist es Zombie. Ja, okay, es muss Zombie dann sein. Oder Johnny. Nein, 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 er hat mit ihm geredet. Aus irgendeinem Grund. Also Zombie und Mogi haben sich gerade ausgetauscht. Ey, ich hab den gefunden, ich hab den gefunden. Vicky hatte den. Und Zombie und Mogi sind, ah, da oben ist er, da oben ist er. Okay, okay. Lebt Timo noch? Ja. Oh, er ist da drin. Er huscht da. Er ist da drin, er ist da drin. Warum sind Zombie und Mogi immer zusammen Traitor? Ja, oder? Rechts vor dem Haus, rechts vor dem Haus, rechts vor dem Haus. Wieso häng ich fest? Dieser scheiß Stuhl, Junge. Deine Ecke, hab ihn. Ah, verdammt. Ich bin einfach drüber gelaufen, wollte eine Waffe und die habe ich einfach... Er ist einfach erschossen. Ja gut, das war eine leichte Runde. Rikki hat sich verraten. Ja, Rikki hat gesagt, dass er das Bad von dir hat. Hab ich die überhaupt nicht. Rikki hat gesnitcht. Ah ja, warte, Rikki war ein Racer. Das stimmt, von wem sollte er denn sonst haben, wenn ich von dir... Ja, das war okay, das war mein Fehler. Ja, eben, dann lachte ich so, also wenn ich da nicht erschieße halt. Volli hat mich richtig gut abgefangen da an der Ecke. Ich fand auch Maeve, der wollte gerade was für etwas anders kaufen. Das ist ja, warte, ich habe noch nichts gefunden, was ich kaufen kann. Und in dem Moment stehe ich dann auch weg. Nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe etwas Falsches gekauft. Wenn, dann ziehe ich mich richtig. Was soll, was willst du denn? Ich will Waffen. Ja, ich habe dich gesehen, dass du die ganze Zeit hier bist, hä? Ja, okay. Das stimmt, ich habe es gar nicht gesehen. Doch, ich habe sogar gesehen. Johnny, bitte... Oh, Spaß, er hat gerade nachgeguckt. Ich habe mein Herz gemacht, das gesehen. Ich habe nachgeschaut, ja. Ihr Dreckigen, Alter, holy shit. Aber das passiert mir auch so oft. Wie soll ich nicht nachschauen, wirst du, wie ich meine? Ja, checke ich, ja. Ich sehe es halt nicht. Wenn ich sehen könnte, ob ich muted bin, aber ich erkennt es so schlecht. Ich weiß nicht mal, wie man es sprayt. Schade, Mann. Das tut mir echt leid für euch. Da drin ist Ronald McDonald. Aber er ist Hansch. Alles gut. Okay, er ist, er ist, er ist, ja. Ich hatte auch schon ein paar Visionen gesehen, Leute, aber... Wir werden gestoppt. So Positions. Okay. Ja, dann. Ich habe die Gang, ich habe die Gang zusammen getrommelt, wie geil ist das denn? Yeah, let's go. Wie cool. Das war ja so gut. Holy shit. Okay, was habe ich noch? Was ist das denn? Kann ich jetzt? Oh, oh, der schubst einen weg. Kann ich jetzt? Richtig. Ah, den kann ich hochlegen. Warte mal, was ist, was ist Cloaking Device? Warum schiebt der nicht mehr? Oh, du bist unsichtbar. Oh, was? Okay. Ah, okay, okay. Der schiebt dann. Lecker Schmecker. Oh, okay. Warum schiebt der nicht immer? Ich hole mir auch nochmal so einen Launcher, oder? Ich glaube, du musst den hinstellen, oder? Gott, steht halt nicht mehr so richtig. Wo ist denn der Rest? Geht der? Ey, jetzt geht der echt nicht mehr. Nein! Nein, Timo! Oh, nein! Das kann nicht sein. Warte mal, können wir überhaupt noch... Können wir noch... Ach, okay. Können wir das wenigstens noch nutzen? Hä? Ja, okay, ich habe mehr Leben jetzt. Sehr gut. Hamas! Ähm, da hinten! Da siehst du, wo ich hinschaue. Er schießt auf mich. Holy shit, macht der mir viel Schaden. Ähm. Ach ja, ich habe ja noch einen Launcher. Mein Gott, gegen die Scheiß... Gegen den Baum gegen. Ich packe es nicht. Was machen wir jetzt? Gehen wir außen rum? Ich habe ihn getrackt. Ich sehe jetzt, wo er ist. Ja. Mit dem Schaf. Deswegen. Sag Bescheid. Ich gehe auch hin. Ja, ich habe volles Leben. Mir geht's gut. Ähm... Kann ich noch irgendwas cooles machen? Sharktrap? Schnapp ihn dir! Nein, geh weg von mir. Oh, da rennst du nach rechts. Geh weg von mir. Nee, Johnny will ich noch töten, aber... Warte kurz. Scheiße. Ich habe es geschafft. Das ist easy. Johnny habe ich gekillt. Ja. Jetzt dich? Warum Johnny? Der Arme. Aua. Oh mein Gott, ich treffe nicht. Nein, 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 nein. Ich darf jetzt nicht deswegen verkacken. Wir waren zu zweit. Launcher. Oh mein Gott, Waluigi. Nein, kein Waluigi Launcher. Ihr habt mir genau gehört. Ich habe ihn gefeuert. Keine Sorge. Ah, Gott sie. Gott sie. Gott sie, Dank. Hat er? Wo bist du jetzt? Jesus, das kann nicht sein. Sorge, mach mir bitte keine Angst jetzt. Ich hätte Hocki, ich hätte Hocki. Du bist echt immer so wie so ein Michael Myers. Oder so richtig. Das ist so gruselig. Hörst du mich noch? Ah. Stark. Ich sehe deinen Schatten. Bist du unsichtbar? Du bist unsichtbar? Das ist wirklich so gruselig. Ich habe den Schatten gesehen. Oh mein Gott. Ich habe dich gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Alter, wie kann jemand so sexy sein wie Zombie? Alter, holy shit. Das ist echt unnormal. Ich muss sagen, dafür, dass Hocki seinen letzten Freund getötet hat, hat er noch gut aufgeholt. Ja. Und wie er euch in den Rücken gerammt hat, ja. Abgesehen davon war das eine gute Runde. Warum waren denn plötzlich alle Innocence tot? Was ist denn da passiert? Ja, das ist ja neu. Ich bin einfach nur in die Ecke gelaufen, auf einmal, ich war an der zweiten Fett und die haben ins Headshot bei uns gelandet. Also Zombie für das Protokoll, die Winchester kann gut sein. Ja, wenn man Zombie ist. In der richtigen Hand, in der richtigen Hand ist sie gut. Achso, weil das gerade eine Winchester war. Das ist halt so gelogen. Junge, dieses Muten und Endmuten, das macht mich fertig. Wirklich, wie kann man von PC-Gaming so überfordert sein wie ich? So langsam müsste ich nochmal reinkommen. Also ihr müsst euch vorstellen, ich spiele es halt legit auch nur für Videos. Ich spiele so selten irgendwas aus der Ego-Perspektive. Die geht gleich los. Ja, okay. Okay. Johnny, 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 Johnny. Ja, was gibt's? Hi. Ja, das ist mein Name. Hi, Fully. Fully, 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 Fully. Ja. Hi. Das war ja voll der Zaubertrick für mich irgendwie. Hallo, hallo. Willst du jemanden? Was nehmen wir hier mit? Ach, nee, hier war ich schon. Keine Ahnung. Okay. Ich hab eine Double Barrel, das ist doch nicht geil, oder? Was macht Riki dahin? Was macht er da? Ist da Getano? Getano ist ein leichtes Ziel. Getano will man einfach erschießen, weil es so einfach ist. Ich verstehe bei dir immer Getano einfach nur. Getano. Der soll einfach mal gehen. Das wäre sonst ein Easy-Kill gewesen für euch. Äh, ja. Kommt doch nicht alle her, damit wir auf einmal auf sind. Ist das euer fucking Ernst? Oh mein Gott. Ich glaub, halt ist das Fully. Wieso mal Fully zu wissen? Ja, Getano. Wer wollte einen überfahren? Wer wollte einen überfahren? Okay. Mephi, ich bin doch da übrigens. Okay. Soll ich Angst vor dir haben? Ja. Hast du dich gemutet oder was? Ich hab einfach... Hier sind alle anderen. Ich fühle mich ein bisschen sicherer miteinander. Keine Sorge. Ich bin nicht... Was ist los? Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Wo ist Zombie? Wo ist Zombie? Am Anfang der Runde hat Johnny sich wieder nicht gemüht und ich dachte, jetzt kommt der Moment, Mogi. Ich will sagen, dass der Timo gerade sehr verdächtig über die Straße geschlichen ist. Ja, okay. Lass die muckeln. Ist das ne Sache? Ist das ne Sache, dass man sehr verdächtig über die Straße schleichen kann? Unangenehm da hinten. Unangenehm. Ich würde da nicht hingehen. Das war unangenehm. Timo wurde einfach umgebracht von der Meute. Verdächtig über die Straße geschlichen. Wie sieht's aus? Ja. Gute Arbeit Jungs. Hä? Wieso Fully der auf... Was? Was? Hä? Irgendwie so wie ich auch immer gesasst werde, obwohl ich so nicht mal nen Schuss abgebe. Oh Gott. Es ist nur noch Zombie. Ich hab so Angst. Er heißt Zombie. Oh mein Gott. Genau. Aus diesem Grund. Was? Was? Wie? Holy Shit. Digga. Mit so ner Waffe von da. Er spielst halt... Ich sollte auch versuchen es wie nen Shooter zu spielen. Ich kann bloß keinen Shooter. Ich hab grad da gesehen. Shit. Aber man kann theoretisch so spielen, ne? Eigentlich ist das viel besser so zu spielen. Ich spiel mal eher so Roleplay. Au. Da geht er so durch die Büsche durch und shit. Ja gut, die haben scheiß Hitboxen natürlich. Alter was? Was war das für nen Schuss? Warte mal. Es muss doch vorbei sein. Wie viel Aim? Hallo? War das jetzt noch nen Deathfake oder was? Oh, der war nicht echt. Ich verstehe. Krass Hockey. Komm schon Hockey. Hockey, du hast auch was drauf. Ich weiß das. Du warst vor Zombie der Krasse. Kann ich jetzt nochmal Deathfaken? Schnapun? Jesus. Da läuft die Treppe rauf. Hat da auch jemand geschossen? Hallo? Ne, ich glaub hier hat niemand geschossen. Er kriegt Schaden. Falsch an, was? Oh mein Gott, wie? Zombie, du hörst mich grad, oder? Könnte. Will die Runde nicht schon wieder strecken? Ne, machst du nicht. Ach scheiße. Die waren so nah beieinander grade. War Maeve böse. Ja. Ach. Sick. Sick. Ich mein, Hockey weiß jetzt wo ich bin. Das ist eigentlich gut. Oh, wie er rennt. Ach man, ich hab so wenig Leben nur noch. Oh, mal liegen hier über Leichen. Sie versuchen's halt, sie werden sich irgendwann finden. Gut, im Haus, I guess nicht, aber jetzt. Hallo? Jetzt, 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 jetzt. Da bist du! Endlich! Gefunden! Hä? Wieder nicht der echte. Wie zum Fick ist das nicht Aimbot? Bro, ich komm hier nicht raus. Lass dich durch! Was? Okay, jetzt check ich, wie Leute mit Shooter-Erfahrung einfach insane... Oh mein Gott, diese dumme Unsichtbarkeit. Ich kann beim Zugucken gar kein Gefühl dafür entwickeln, dass das ein Hit sein könnte. Ich zuck einfach immer nur und schieß daneben. Oh mein Gott, warum kannst du unendlich unsichtbar sein? Das ist ein bisschen krass grade, ja. Ja! Okay. Oh Gott, was schießt ihr nach mir? Hoppuuu! Ich bleib hier aufm Klo. Nee, die sind so weit weg voneinander und verschanzen sich jetzt. Was ein Showdown. Hockey geht rauf. Hockey geht in die Barrikaden. Das ist er! Oh Gott, was... Was zur Hölle passiert hier? Wie viele Hockeys muss ich töten? Es ist echt so! Der Schatten! Ich will nicht mehr! Der Schatten gerade! Nein, der wollte grad rein stürmen! Nein! Jesus! Oh mein Gott! Ich hab den Topic gemacht! Oh mein Gott! Damn, Hoppies! Oh mein Gott! Okay, das hast du dir verdient! Das hast du dir verdient! Ich hab auch vor allem... Ey, es gibt dieses Item, das heißt Blink, mit dem kann man sich so... Man kann da so markieren, wo man ganz schnell hinläuft und dann rennt der so hin. Das war... Das ist so ein gutes Item! Boah! Deswegen war es auf einmal auf der anderen Seite der Match! Ja, ich dachte auch, wie ist Hockey hier rübergekommen! Ja, das ist ein richtig krasses Item, man ist damit übel schnell! Holy shit, das war richtig gut! Boah, krass! Was ein Showdown! Der hat sich dreimal komplett wieder aufgeladen! Ja, ja, wirklich! Ich hab mir am Ende richtig verzweigt! Wie viele Hockeys muss ich umbringen?! Das war ja wirklich so... Der Arme, Alter! So, jetzt hab ich alles richtig gemacht! Timo hört mich und ich bin muted, oder? Ja, hi! Bitte Discord muten! Alles gut, kein Schles! Bitte Discord muten? Nee, ich bin nett zu Johnny! Ich bin nicht so ein Arschloch wie du, Hockey, weißt du! Okay, bin ich ein A-Loch? Johnny, willst du mich jetzt kurz aufmachen? Ja! Wirklich? Nein! Lasst mich mal rollen, Jungs! Hallo! 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 Stopp jetzt! Ich hab ne neue Rolle! Was bin ich? Was bist du? Ein Koch mit realistischen Maßstäben! Oh ja, die äh... Der heilt alle Spiele auf Traitor und Innocence immer mal wieder, ich weiß aber nicht wie oft... Wie? Was ist da gerade passiert? Jede Minute gibst du jedem Spieler 50 Kp oder so. 50 Kp, ja. Okay. Cool. So ist das nämlich. So ist das. Hast du hier noch reingekommen? Es ist ja die Wahl, das ist ja ein Fakt. Okay, ähm... Ah ja! Wo ist die Ratte? Wo ist die Ratte? Da ist er! Da ist die Ratte! Stimmt das? Leute! Leute! Johnny und Fully haben mich einfach aus dem Haus rausgeschmissen! Da drüben! Johnny auch noch? Könnt ihr da... Könnt ihr da mal Hauer machen? Aus welchem Haus? Da drüben! Da! Ich glaub das hat gar nicht geklaut. Aber wir sind ja in der Töcke. Könnt ihr ihn mal vermöbeln? Er hat mich einfach rausgemaufen! Wer? Fully hat mich einfach rausgemissen! Fully hat mich einfach rausgemissen! exclusive! Was soll der? Danke, Chef! Ich hab gekauft! Alter, Timo ist so sauer! Fully, geh her, raus! Timo, sauer! Das ist mein Haus! Noch bin ich nicht sauer, warte mal! Rikki, komm rein! Wir werden vertreten! Hm, Stinksauer! Er ist wirklich stinksauer einfach! Stinksauer. Das stingt schon richtig! Du bist so sauer! Wieso ist Riki tot? Scheiße, bei der Sauerkanz! ich wurde weggesprengt von irgendwas. okay. zombie sieht gar nichts hass aus hier in der ecke und zielt auf alle. ich beobachte. ich bin kocht. ich merk das schon. ja was kochst du? der macht bestimmt lecker lecker lecki essen macht er. oh der arme ricky. na eben war es eben war es sogar schon so. na er ist auf der hecke drauf. hockey haut hier hinten ab. hockey verschanzt sich hier. er macht nichts. ich mein ja nur ich hab dich da weg rennen sehen. ich bin nur hinterhergelaufen. das stimmt. schon hat auch eins. ich hab gekocht für alle. danke chef. danke meister. das geht schon. ja. ich sollte das nicht machen, das ist Hass. du machst mir irgendwie auch immer 30 schaden jedes mal. wieso klingt das hier so? okay. sorry. er wird wirklich vom auto überfahren. hast du einen markiert? der hat dann so eine grüne outline. dann siehst du ihn durch wände und sowas. ja ich hab dich markiert. das ist voll krass. jetzt sehe ich dich von überall. okay. ja ich warte mal dass ich koche um mich zu heilen. ja. das klingt auch nett. wer hat denn schaden? achso du. ja. ich mag die auge aber auch. Fully ist traitor. boah Fully hat mich halt schon lange erschossen. ja das stimmt. oh mein gott. wieso? oh mein gott. wieso? wieso schleudert das so sehr rum? das funktioniert nicht so ganz. ich hab den Fully getötet. ich hab den Fully getötet. pepino ist gegangen. was soll denn? was soll denn passiert mit timos leiche? Mogi schieß gerade auf alle. was? okay. ich hab ihn losgelassen. ich hätte nie gedacht dass es Mogi Traitor ist. weil irgendwie Mogi hat die ganze runde noch nichts gemacht. das stimmt. Mogi ist immer so schnell im töten. warte wer lebt überhaupt? mit den drei? so mal gucken ob Fully es war. schon du kannst bestimmen wen. wen wir uns als nächstes schnappen. ach nee. ich hab ne golden diegel. das heißt ich kann einen Traitor one shotten. wir müssen uns aber sicher sein. ne 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 ne. also ich würds eher dem Traitor geben damit er auf den Traitor schießt. damit er stirbt wenn er selber Traitor ist. oooh. ja okay warte dann Johnny. hey wieso machst du die Tür zu? seid ihr Traitor? hab ich gar nicht. wir sind der detective und halt sein Assistent I guess. du bist halt wirklich detective weil du bist Leighton. hier ist die Diegel. wo ist ein Maeve? ich such nur Maeve schon. hier drüben ist Zombie. mit dem hab ich grad nen Fight gehabt. aber der hat bestimmt schon die Position gewechselt. ja. ich trau dir nicht. mir. nimm doch. warum nimmst du nicht? nimm. oder schieß damit auf Maeve. oder Zombie. warum ist Maeve tot? ich hab keine Waffe in der Hand. soll ich Zombie? okay. oh mein Gott. ich wusste es. er wusste es halt. ähm. sie schießen aber auf sich. das finde ich gut. ich kann das doch nicht. darf ich ins Haus rein? äh ja. okay. hast du Maeve umgebracht? ist das Dave jetzt da? ja. hast du Maeve umgebracht? ne der hat doch auf mich geschossen. da hatte ich nur noch wenig Leben. da hab ich mich versteckt. und wo ist er jetzt? hast du Maeve getötet? nein. der verschanzt sich. der war im Haus bei euch. bist du im Haus? der war doch bei euch. er war. ich weiß aber er ist weg. jesus christ. oh mein Gott. oh mein Gott. jesus christ. was? du war lustig gemacht. oh mein Gott. oh mein Gott. 50 Euro. ich krieg einen 10er. ey wir haben drum gewettet. ne 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 ne. doch. es waren 50 zum einen. für mich. für mich. für mich. für mich auch. auf wen habt ihr gewettet? weil ich von einem illustrant getötet wurde. auf zombie. und der hatte nur noch 15 AP. ich war mir so sicher. du war. du hast doch einen schuss gebaut um ihn zu kill. ich war mir so sicher. du kannst es gar nicht verlieren. und dann. ich auch nicht. hast du die hand cannon geholt. und ich dachte mir nein. nicht die hand cannon. ich dachte. ich dachte. das war mein joker. ne. naja. ich hab. ich hab. auf 2 AP runter geschossen. ich hab. nur einen normalen schuss gebraucht. wie lame. ne. als du hoch kamst. auf 2 AP. ne. ach so. doch. ja genau. und dann hast du dich wieder hochgehalten. genau. wir haben automatisch ein heal. bis zu 15 HP. ah ok ok ok. genau. ja da hinten ist jemand mit graffitti unterwegs. das sieht man voll weit. hey johnny. ja bitte graffitti. hey johnny. wie gehts dir? ich bin betrunken. ich bin betrunken die runde. was heißt das dann? ein bisschen auch so viel. was heißt das dann? ich übernehme die rolle wenn jemand stirbt. ricky. oh mein gott. du hast grad so mit dem tod gespielt ricky. das ist mein haus. das ist mein haus. ja aber du wärst grad fast überfahren worden. und es juckt dir nicht. das ding ist. beim rückwärtsgang kann man richtig schnell in diese autos geraten. ach so. das ist mein haus. und dann kommt rein leute. kommt doch rein. immer noch vorwärts laufen. die machen mich so nervös. frag johnny. ich bin sehr geabfreundlich. was denn? ja. ich hör raus. ich hör raus. da gibt's immer selbstgemachte currywurst und sowas. ah die nirgs sind vorne. okay. ist jemand gestorben zu mir? bekommst du grad eine rolle? ich stecke in der tür fest. ich weiß nicht ob ich dir vertrauen soll deswegen das wirst du ja noch die rollen anguckt okay das freut mich ja das steht ja da steht ja ricky am haus der betrockene der betrockene ist zurück ich bin doch hier wie denn er war bei uns gerade hier die sind alle so starst ich schwöre ich war das auch nicht das glaub ich nicht das glaub ich nicht man er hat doch man jetzt geht doch irgendwie nicht wie ich nicht hinkriegt er war es warum schießt er denn auf mich das kroll aber warum schießt er ich check es auch nicht von was bekomme ich schaden oh mein gott zombie ist so gut ich bin ich habe eine shotgun und mache alles falsch ich weiß nicht wie gestorben ist ich habe diese ich habe noch mal den blauen hat mich irritiert den launcher gemacht aber nichts gebracht ach sean ist tot what what the fuck ist deswegen zu großen missverständnissen kam wieso habt ihr johnny erschossen wenn johnny bei euch traiter war hockey war in dem moment noch in us ja ich war also hatte ich eine industrie getötet dann und ja so wenn in uns dann in uns dann tötet dann kann es nur eine ganz geringe wahrscheinlichkeit dazu kommen dass er genau zornbeer hat mich getötet und deswegen wurde ich dann traiter weil ich von der industrie mitgebe ich wollte die bauflüge nicht wieso ich bin auch hoch ne diese aber echt scheiße die wolltest du wirklich nicht glaube ich hier liegt noch eine andere die ich habe bisher nur die SG gefunden tatsächlich was es gibt mehr in diesen räumen was ist hier passiert was zur hölle Was ist passiert? Er ist tot! Was? 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 Hä? Was? Ich hab nur diese Sounds gehört. Moggy, was hast du mit ihm gemacht? Also, er hat eigentlich eine Schusskelle eingesetzt, wenn ich eigentlich dafür sorge, dass man kurz betäubt wird für 5 Sekunden. Und er ist einfach durch die Welt geflogen. Er ist durch das ganze Ding geflogen. What the fuck? Wir wollten einfach nur ein bisschen mit ihm rumspielen. Ja. Er wollte nur seinen bewusstlosen Körper gegen die Wände schleudern. Anscheinend gab es hier auch noch mehr Waffen. Na ja, gut. Zumindest hat er das gesagt, aber ich glaube, hier waren keine anderen. Hier gab es vom Raum doch nur eine Waffe, oder? Joa, ich bin keine mehr. Es gab noch eine Rauchgranate. Was ist jetzt los? Auf wen hast du geschossen, Pulli? Nichts. Auf mich, glaube ich. Aua. Tut mir leid, Pulli. Aua. Oh, was? Ach so. Hä, das sah so aus, als du auf ihn geschossen. Hogi. Was ist passiert? Hogi ist da. Verstehen. Was ist die dumme Runde für mich? Das war so offensichtlich eigentlich, oder Mogi? Mogi hat den Nachen getötet. Mogi, war das nicht von dir? Hogi? Doch, safe, oder? Fulltime, der Narr wurde von einem schießwütigen Mogi ermordet. Ja. Okay, der war nicht mehr mit uns. Das ist beleidigt. Die Schockpistole war interessant. Ja, es war von mir, aber du hattest keine Indiz oder sowas. Ich stand einfach bei euch halt. Die Schockpistole war wirklich interessant, ja? Ja, ich meine, aber... Bist immer weg. Bist immer weg. Das war so seltsam. Ich hab so viel Gerümpel gehört. Also es war einfach nur so... Und dann geh ich rein und er ist tot und Mogi lacht sich tot. Aha, Johnny. Ja. Das war super lustig, du warst doch dabei. Ich hab's gesehen, ja. Ja, das war steig. Wir haben das Gehirn quasi in den Roboter gepflanzt. Ich glaube auch. Hallo, hallo, hallo. Das ist keine Farma, aber das ist auch okay. Geh mal weg, Johnny. Ich will nämlich Fulli hier einsperren. Kommt der hier nie wieder raus, weil ich die Türen die ganze Zeit... Wieso muss ich dafür weggehen? So, jetzt kommt Fulli ja nicht mehr raus, weil ich die ganze Zeit eh drücke. Er kommt hier nie wieder raus. So Fulli, was hältst du jetzt davon, du Narr? Wer ist hier der wahre Dummkopf? Ja, wer ist der Dummkopf, Fulli? Na ja. Kommst hier wohl nicht mehr raus. Na ja, was willst du machen, na? Der Arme. Ja, was willst du machen, Fulli? Na ja. Ich hab das Gefühl, hier ist jemand gestorben. Was soll ich machen? Hi. Nö, ich bin hier. Wir sind recht friedlich unterwegs. Warum bist du ein Vollidiot? Ja, na ja. Na ja. Na ja. Schön links und rechts gucken beim über die Straße gehen. Hallo. Moin moin. Was hab ich grad gehört? Die schießen da drinnen. Sie haben, glaub ich, schon von hinten geschossen. Also, wir könnten... Wer ist der Tor? Aha. Mit einer SG. Ich hab keine SG. Ey, ich bin kein... Alles gut. Also ja, Hockey, das glauben wir dir, weil niemand hat gefragt. Was war das da hinten? Niemand hat Hockey gesasst. Er so, ich bin's nicht. Ja, okay. Stimmt, stimmt. Nein. Ich hab gar keine Rolle. Ey Leute, ich bin's übrigens nicht. Nein, ich bin betrunkener, Mann. Das macht gar keinen Sinn. Jonas, wir sind zu zweit. Er alleine. Ich bin betrunkener. Ich hab keine Rolle. Du bist safe, oder? Wie, ich bin das? Ja, ich hab's nur mit. Oh Gott. Ah, au, aua. Aua. Weine. Hat die nur einen Schuss? Ha, dem geht's wieder besser. Nein. Nein. Oh, wie scheiße. Hä, wie scheiße. Oh mein Gott. Oh nein. Johnny? Oh nein, er ist groß. Ja. Wo ist er denn? Ich hab online von ihm gehört. Wo ist er denn? Oh mein Gott. Oh nein. Was zur Hölle passiert mir? Was passiert hier? Aber Moggi brauche ich eigentlich nicht töten, ne? Oder oder ja, warum? Muss kurz nachladen, Frully. Hilfe. Alter, die Falle. Frully, warum bist du nicht im Haus geblieben? Ich wusste nicht, dass es ne Traitor-Falle hier im Wasser gibt. Ja, ja. Aber der hätte dich nicht erwischt können, wenn du im Haus bist, weil er riesig war. Ich dachte die ganze Zeit, dass er woanders wär. Ja. Letzte Runde. Wie sah ich denn für euch aus? Jonas? Wie hab ich Minuspunkt als Traitor gemacht? Du hast eigentlich umgekehrte Psychologie versucht mit der ganzen Hockey-Sache. Ja, ja klar. Ich wollte es für ihn saßen. Letzte Runde. Hat gut funktioniert. Naja, eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ich Traitor werde. Hockey ist dadurch nicht draufgegangen. Hockey ist dadurch nicht draufgegangen, oder? Hockey ist gut. Ja, wir haben alle von seinem Plan erfahren. Ich hab nicht geschossen. Er ist trotzdem hier in der Nähe. Sind die da drin? Okay. Lass mich einfach mal in Ruhe. Was ich mich erfrage. Hat Zombie in der ersten Sekunde geschossen? Ja, ich auch. Jeder hat von seinem Plan erfahren. Waffe? Auf guck, du kannst dich jetzt entschuldigen. Auf guck, du kannst dich jetzt entschuldigen. Auf guck, Auf guck. Ich krieg sie. Ich krieg sie doch manchmal. Es ist so schön. Oh, man kann das so oft machen. Das ist ein bisschen gefährlich für meine Mates, oder? Oh, du Scheiße. Habe ich meinen Mate umgebracht? Oder war das... Ich dachte also, eigentlich wollte ich ein bisschen auf Gantano gehen. Äh, hallo? Nee, das wollte ich nicht. Äh, nee. 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 Das ist doch alles so... Macht doch alles keinen Spaß. Alle tot? Ach du Scheiße. What? Von wo? Was ist passiert? No way. Boah, bist du gestorben, Johnny. Ist das Geschenk immer eine Explosion? Nein. Nein, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Okay, ich wollte das Risiko erst nicht eingehen, aber dann dachte ich, ja komm. Bonusrunde. Wenn ich eh gleich sterbe... Und zu 20% tötet es einen. Ja, wenn ich eh gleich sterbe, dachte ich gehe das Risiko ein, aber... Ja. Sorry, Zombie. Ja, kann man schon machen. Ja, deswegen hassen alle Podi. Ist das nicht so schlecht gewesen, Johnny? Nee, nee. Ich sag ja. Hab halt Pech gehabt. War halt ein Gamble, ne? War halt ein Gamble. Ich wollte den Gamble zuerst nicht machen, aber dann... Passiert. Ja. So nämlich. So und nicht anders. Wann machen wir Schönes? Wann wir irgendwas Cooles heute? Ich hab den Kuss, wir könnten hier oben machen. Oh, das ist immer gut. Könntest du oben machen. Im Schlafzimmer, so einer amerikanischen Nachbarschaft. Ja, so nicht unser Haus. Wachen in der Hand. Ja, so, ich mein... Das ist nur eine Waffe von so einer Hausparty entfernt. Na. Ich weiß so nicht, was... Oh, ich weiß nicht, was ich mir Schönes gönnen will heute. Die Uhr. Ja? Kann ich damit umgehen? Und aktivieren. Und aktivieren. Sehr gut. Das war sehr... Das war sehr undercover gerade. Ja. Ach, ich mag den einfach zu sehr. Er hat glaube ich niemanden gehört. Wieso ist es so einsam hier? Hallo? Ja, hallo. Was? Auf einmal so viele Stimmen. Habt ihr jemanden gesehen? Das war so eine leere Runde. Ja, ja, ja. Schaun und Gertano sind tot. Schaun und Gertano sind tot, weil Gertano war exas und Schaun hat ihn umgebracht. Und bei Schaun den umgebracht, dann haben wir ihn dann umgebracht. Ich höre aber noch Timo und Moggi, glaube ich. Hey, 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 hey. Ah, tatsächlich. Auf mich schießen? Was ist da passiert? Warum? Hä? Wieso wollte Moggi, dass man auf ihn schießt? Hä? Äh, hey, hey, gleiche. Von wem? Äh, ich glaube, das ist... Von beiden? Nee. Oh, ja. Well, hello there. Ich wollte, ich wäre unter dem Meer im Garten eines Kracken. Möchte ich sagen? Nein! Was passiert? Wo ist Ricky hin? Johnny? Johnny, Johnny. Ja. Du weißt, okay? Ich weiß. Ja. Was weiß ich? Gut. Das ist Maeve und Moggi. Nein, ist Maeve in der Ecke. Maeve ist da in der Ecke. Geh weg da, geh weg da. Siehst du ihn? Shit. Ach. Lebst du noch? Ich stehe noch. Lass mich durch. Du nur nicht. Ist zu mir leid, Hockey. Das war wirklich, das war wirklich nicht fair. Hockey ist tot. So eine Frechheit aber auch. Weißt du, Hockey hat es echt nicht verdient. Ich glaube, ich konnte noch nicht mal das Klug nutzen. Auf mich wurde noch nicht einmal geschossen. Da hinten ist unser Maeve nur. Warte. Warte. Ach, Moggi hat ja unabhängig von uns das auch geholt. Warte. Oh, du hast dieses Ding. Da ist gerade was rüber geflogen. Weißt du das, Johnny? Wahrscheinlich. Wait, ich dachte. Ich dachte, Moggi ist so Maeve. So, so, Johnny. Dieses Spiel spielen wir also. Wait, ich dachte. Was? Ich verstehe. Wieso bin ich so schlecht für dieses Spiel? Ich begreife das immer nicht. Ich habe dich gehört, Johnny. Johnny, müde dich in Game. Was zur Hölle? Ich habe schon in Game ihn gehört. Er war tot? Komm schon, Maeve. Okay. Hi. Ich bin zu dumm für das Game irgendwie. Keine Ahnung. Johnny ist wirklich gestorben mit dem Item. Alter. Ja. Ich will mal fragen, was ist denn los mit euch? Also, sind ihr 20 vorgeschobene Gründe, um Leute random zu killen? Ja. Ich habe den, ich habe den, ich habe den. Ja. Schauen wir mal für die ganze Zeit. Plastik TTT. Willkommen bei TTT. Das hat überhaupt keinen Sinn gehabt, leider. Ja. Letzte. Gebt mir. Das war die letzte Runde. Das war die Bonus-Runde. Ich habe ja die Bonus-Runde gemacht. Das war die Bonus-Runde. Wir sind schon bei YouTube bei der Zeit. Ja, wir sind drüber. Bis dann. Boa, Banga. Meine Ninja Turtles. Tschüssi. Ciao. Guck mal, der hübsche Berg. Ich war so oft Traitor, holy shit, ich bin's schon wieder.